digga das auto ist richtig scheiße alter junge das fährt ja gar nicht voran was habe ich für meine 1,6 millionen bekommen aber ja wir tun uns jetzt noch gerade erst mal da bringt auch kein tuning mehr was alter das sage ich dir wir treffen uns in der stadt okay in los santos custom in der mitte von der stadt okay 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 aber digga was für ein kackauto ist das das bekommt man hier für sein geld geboten das ist ja mal der die reinste hat zocke alter guck dir die kacke an junge das einzigste was du damit machen kannst in donuts alter das mein opel besser mein opel ist schon geil ja das ist schon tolles fahrzeug hat eine geile soundanlage und so ist es schon da ja ich versuche ja mit meinen 3000 burnouts ungewollt jetzt bin ich da du bist gar nicht da beim hauptlaster das customs hier digga wo bist du was kommst du damit mit dem helikopter du musst damit am auto kommen ja du bist doch echt ein bruchpilot ne was ist denn das für ein auto oder dieses kackauto an alter guck dir das an alter das kommt nicht voran ich gebe nur gas es macht nix ja mal gucken nach dem tuning ist wir sind jetzt hier an der start position mit meinem ich bin der ja ich wohl das geld nach hause ja dann komm dann du du wirfst ne granate komm ich werf die granate weil ich auch die granate bin deswegen ja die granate komm werf sie mhm mach sie komm let's go du wirst verlieren ich ich hol das geld zurück ich hol's zurück du wirst verlieren jawoll jawoll aber mein auto ist einfach geil also für für das auto ist kacke ja ey ey nein jawoll wir haben die führung wir haben die führung jungs nein wir haben das geld gehört uns wir haben es geschafft jungs wir haben einen großen versprung aber er hat halt ein bisschen schnelleres auto als wir jetzt müssen wir gucken dass das wir das geld nach hause bringen holy shit kurve ach du heilige kacke wir nehmen einfach eine abkürzung wir nehmen eine abkürzung hier sind wir ein bisschen schneller oh 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 holy shit ey hier sind eine richtige abkürzung ich hab die krasseste abkürzung genommen ne 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 ja guck wer kommt der hat ein schnelleres ich komme ich habe nicht gleich so weg als du denn ich der versprung ne 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 du kannst mich nicht und ich habe nicht so weg komm 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 das auto muss die ps zeigen komm 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 da kommt er da kommt er was jawoll 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 hä jawoll jawoll jungs jawoll jungs kommt 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 ich ja das schaffen wir das das geht das das kruите für uns zum glück habe ich auch die bessere option getroffen mit dem geländereifen habe ich bisschen mehr grip das geld der jungs das geld kommt fix zu mir scheiße mich auch mein auto so eine gute entscheidung ist richtig kacke hierfür es ist das für ein scheißauto das wohnung aus jungs das gewinne junge die 1,6 millionen sich nie wieder ist auch schon du das sehr viel aufgeholt kacke kacke kommen jungs dieses auto das muss oben sein das mussten manche einfach überstehen ja das überleben das einzigste was ich geholt habe sind drift points in need for speed aller machen wir schnell hier eine abkürzung und das war glaube ich ein fehler kacke kacke mein gott scheiße komm 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 oh mein gott komm komm erst vor mir nein 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 jawohl wir sind wieder vorne oder mit der wand oh scheiße da war ja nein kamer vom ram kacke 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 kammer 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 mein gott nee 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 nix kammer ist es schwer hier hochzufahren mit dem die gab es denkst du mein mit meinen reifen junge kacke kacke let's go let's go let's go wir kommen wir kommen wir holen wir holen das geld für uns komm 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 ich war hier äh ne in einen laufen hier darum Familie das richtig schwere kurven hier jung holy shit holy shit holy shit yo yo nein nein ich komme so ausgestiegen nein 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 ich komme so gut um die kurven nein nicht runter nicht runter schlittert runter ich komme nicht nach vorne warum komme ich nicht nach vorne hallo weiß ich bin stark ich scheiße scheiße junge kacke er hat einen richtigen vor schwung jetzt junge den verliere ich jetzt auch wieder hochgekommen jawohl so 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 okay ich hab's geholt ich hab's geholt jetzt komme ich jetzt komme ich jetzt komme ich nein das auto hoch muss ich jetzt jawohl jawohl und das ist unsere möglichkeit hier hoch zu kommen jawohl nein jawohl das ist unsere möglichkeit hier hoch zu sliden jawohl geschafft geschafft jawohl nein jawohl jawohl dass sie holen das geld für uns wir holen das geld für uns nein 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 und schließt geisteskrank warum haben wir das in der winterzeit gemacht jetzt habe ich die ab nein 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 das geld gehört mir das geld gehört mir ein scheiß gehört dir doch immer weg du ekliger jawohl jawohl hier hoch hier hoch man sieht einfach den weg nicht richtig jungs also zu knappe das wird so knappe jungs ist das dom ist das ziel ist so knapp weg du wanderer oder waren habe mich richtig gestoppt jawohl jawohl das sind meine moneten nein 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 jawohl jungs guck jungs wie ich mich hier hoch kämpfe du musst ins haus fahren ich bin komplett unten nein bist du runtergefallen ich bin ganz unten oh mein gott ich komme nicht mehr raus ich bin stark und ja ich glaube ich bin ich bin stark ja ich bin stark ja ich bin stark ja ich habe einfach verloren wegen dem bach ich habe verloren wegen dem bach einer wegen dem bach einfach junge ja nee guck dir an guck dir an wo ich bin guck dir an wo ich bin wie soll ich hier rauskomme ich komme nicht mehr raus wo bist du denn ja wo bin ich guck dir das an digga ich sehe dich nicht ja man sieht mich nicht genau guck dir die scheiße an alter wie ich kann hier nie nie wieder rauskommen junge aber da bist du digga guck dir an wer da ist jungs ich mal sagen die erste challenge die ich jetzt mit street gemacht habe geht ja geht an mich ich sag dir bei der nächsten challenge ruhig dich so ein der nächste punkt 1 0 für mich bei der gta challenge wie bist du da hingekommen junge ich komme hier nicht mehr raus wie bist du da hingekommen ich bin hier runter geschlittert von der straße nicht manchmal mein charakter kommt hier hoch